Musik Am Tag der offenen Lehrwerkstatt nutzen über 1250 Interessierte die Gelegenheit, das Wolfhutter Familienunternehmen Meusburger zu besuchen. Dabei war es dem Lehrlingsteam von Meusburger ein Anliegen, dass vielleicht irgendjemand in den Berufswahl heute weiterkommt, weil ihm vielleicht die Firma gefällt oder die Arbeit. Junge Leute mit Eltern, die an einem Job interessiert sind oder besser gesagt an einer Lehrstelle, denen zeigen wir halt, wie das Ganze abläuft. Das Interesse war groß und vielfältig. Ich würde mich gerne informieren über Meusburger, wie es da ist. Zum Schauen wegen einer Lehre und wegen Maschinenbau, Metall, Schlösser. Zum ein bisschen rausgucken, wie es ist. Vielleicht gefällt es mir. Ich wollte mir mal genauer das mit dem Metall anschauen, was die da genau machen. Und weil ich die Firma G.A. schauen möchte, weil es eine große Firma ist. Der Europamarktführer im Bereich Normalien- und Werkzeugbau setzt stark auf die Ausbildung im eigenen Betrieb und bietet jungen Menschen mit der Lehre bei Meusburger einen zukunftssicheren Berufsweg. Wir haben ein sehr gutes Arbeitsklima, es ist sehr sauber, wir haben einen sehr modernen Maschinenpark, wir haben sehr abwechslungsreiche Aufgaben und da können sie wirklich was lernen bei uns. Das Lernen steht im Zentrum der Lehre bei Meusburger. Man lernt einen wertschätzenden Umgang, man lernt Teamarbeit, man lernt ein tolles Handwerk. Und das ist eine wunderbare Basis, um einen Spitzenfacharbeiter zu werden. Er kann in alle möglichen Bereiche in unserem Betrieb werchseln. Und was er sicher kriegt, ein toller Job in einem super Betrieb. Am Tag der offenen Lehrwerkstatt soll es der persönliche Kontakt erleichtern. Sollten wir mal anrufen und sagen, ich würde gerne bei uns schnuppern. Natürlich meinen wir uns, wie die Berufe vorzustellen, unsere Lehrlinge zu zeigen. Die sieht man, glaube ich, wenn wir rundherum schauen, die haben alle eine Gaudi beim Schaffen. Die Freude, dass sie da sind und das möchten wir rüberbringen. Mir gefällt es da super, weil einfach ein super Betriebsklima da ist und man mit allen Leuten gut in Gang kommt. Und die Arbeit ist schon brutal frei und man kann einfach viel lernen und sich immer weiterbilden. Für Mausburger als Top-Ausbildungsbetrieb in Vorarlberg ist eine moderne Lehrwerkstätte unverzichtbar. Heute sind sie sicher eine der modernsten Lehrwerkstätten im ganzen Land. Wir haben wieder viele neue Maschinen. Hochmodern, interessant. Alle Maschinen sind am Laufen. Überall sind Lehrlinge am Schaffen. Ich sage immer, wir und unsere Kundschaften sind auch ähnliche Maschinen und bei unseren Kundschaften standen nicht selber und möchten auf solche Maschinen arbeiten. Und bei uns können die Lehrlinge schon auf solche Maschinen arbeiten. Diese Woche sind vier neue Maschinen gekommen, als super CNC-Fräsen. Mit denen kommen wir in zwei Monaten ein und das freut es mich schon brutal. Cut!